2 Wochen nach seiner Rückkehr ins Old Trafford spielt Cristiano Ronaldo nun erneut gegen seinen Ex-Verein Manchester United. Heute allerdings vor heimischer Kulisse. Spox gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Fakten sowie die Übertragung des Duells im TV und per Livestream. Das Hinspiel entschied die alte Dame mit einem 1-0-Knapp für sich. Das entscheidende Tor erzielte Paolo Dybala. Juve empfängt United am heutigen Mittwoch, 7. November, um 21 Uhr im heimischen Allianz-Stadium, welches 41.507 Zuschauern Platz bietet. Juventus Turin, Manchester United heute Live-TV, Livestream, Live-Dicker in Deutschland überträgt der Streaming-Dienst DRZN das Spiel live und exklusiv. In Österreich wird der Pay-TV-Sender Sky die Partie auf Sky Sport Austria und im Livestream übertragen. Zudem bietet Sky auf Sky Sport einem eine Konferenz mit allen 21 Uhr Spielen am Mittwoch an. Eine genaue Übersicht darüber, welche Spiele von DRZN und welche von Sky übertragen werden, findet ihr hier. DRZN zeigt dabei den Großteil der Champions-League-Partien sowie sämtliche Begegnungen der Europa League. Dazu kommen zahlreiche nationale Wettbewerbe, etwa die Serie A, die Premier League, die Primär-Division und die Liga 1. Der erste Monat ist dabei gratis anschließend kostet das Abonnement monatlich 9,99 Euro. Zudem bietet Sprox eine Live-Dicker zu der Partie an. Uhrzeitspielübertragung Das ist auch eindeutig das Ziel, erklärt Miralem Pjanic. Es wird ein wichtiger Abend, an dem wir uns für die nächste Runde qualifizieren können. In Manchester haben wir eine großartige Partie gespielt, es aber erneut versäumt souveräner zu sein. Vom Gegner erwartet er zudem einiges. United hat viele Champions im Team, sogar in meinem Bereich des Feldes, was den Unterschied ausmachen kann. Es wird also ein interessantes Spiel, Manchester United, Respekt vor Juventus Turins Defensive Bei Manchester United gilt die größte Sorge der starken Turiner Defensive, wie Verteidiger Matteo Damian erklärt. Sie haben eine gute Organisation und stehen sehr kompakt, so dass es sehr schwer ist, gegen sie zu treffen. Wir müssen sehr fokussiert sein, versuchen ein Tor zu erzielen und zu gewinnen, lautet seine Prognose. Champions League, Gruppe H mit Juventus Turin und Manchester United Platzverein spieleter Punkte eine Juventus Turin 36,092 Manchester United 33 zu 143 FC Valencia 31 zu 324 Young Boys Bern 31 zu 71 von XXVM